Das geht nach dem... Auf der rechten Seite, das war der Ockels Wanderer von Pascal Bohler, der hier viel Feindlauf produziert hat. Auf der linken Seite, das müsste noch von der Weite sein, mit der Öffoli. Auf der rechten Seite, das war der Ockels Wanderer von der Ockels Wanderer von Pascal Bohler. Das war der Ockels Wanderer von Pascal Bohler.